Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück. Ihr seht schon, wir haben heiß. Wir sind auch in der Gluthitze. Und wir haben es geschafft. Wir haben es endlich geschafft, nach etlichen Versuchen. Den zweiten Mond auch noch zu kriegen. Ihr glaubt nicht, wie wir schüssen, dass das war. Hallo? Gibt's hier ansonsten noch mal alles gekauft. Dann haben wir so noch den 25er sehen und den 20er noch. So. Soweit. Oh. Da kommen wir mal ein bisschen mit Anlauf rauf. Okay, auch nicht. Da müssen wir halt hier irgendwie so rüberjaggen. Warum hat das nicht geklappt? Da oben ist noch ein Mond. Den kriegen wir bestimmt zu 100% nicht. Denn der ist mit einem anderen Land verknüpft. Oder, okay, das war das untere Ding. Da haben wir unsere Cessna. Ne, also unsere Mütchen hier, ne. Da waren wir auch schon. Den Käse meinten wir auch schon. Oh. Scheiße. So, mal irgendwo in Ecke gehen und dann raufhauen, ne. Das kann Mario ganz gut. Ist ja nicht Mario, ist ja... Ach, wie heißen die überhaupt? Genau kann ich das auch nicht sagen. Aber ich bin auch nicht der Hengst, der das alles sagen könnte. Ein alter, verwirrter Mann. Oh. Na gut, ansonsten gibt's hier nichts. Okay. Machen wir das hier fertig. Machen wir sonst eh nichts zu tun, ne? Außer... Nnnnnein! Warte, wir müssen jetzt noch alle anderen hier wegratzen. Oh... Ich weiss doch, irgendwie ging das doch noch hier. Und da haben wir das schon aktiviert, ne, oder? Das ist nur ein Zwischending, ne? Wahoo! Hm... Logisch, wenn wir jetzt da draufstehen... Ich depp. Topf auf den Vulkan! Tauch ein! Nur werden wir tun. Bestimmt. Jetzt wird wieder mit Pfannen geworfen. Hm... Warum hat's hier ne Tomate? Hm... Ich dachte, man könnte hier was erkunden. Aber... Okay! Na dann, auf große See! Na dann, auf große See! Wie ist's? Habt ihr alle? Boah... Zwei nicht, ne? Dann ist's doof. Doof. Warum wird man denn beworfen? Na dann? Woher ist das immer für jetzt? Wir können kochen. Hm... Also... Mario. Tschüss! Hm... Das ist... Das ist Yoshis Haus. Ein Baum aber, ne? Spazier... Wir können ja aber nix tun, außer vielleicht die Nachricht, die ihr lesen. Hallo! Ich bin leider nicht zu Hause. Befinde mich gerade im Pilzpalast. Aber es muss doch hier irgendein Secret dazu geben. Ähm... Der Herr... Die... Die. Die... Die... ... ... Das war ein Stern. Ach, Paumone können auch sternenförmig sein, na dann, ja, können sie. Oh Gott, haben ihn auch gefunden. Den einen in der ganzen Welt. Wir können ja noch nicht so weit sein. Da müssen wir noch ein paar Mal reisen, ne? Tschüssi, Kowski. Und wechseln wir. Ich dachte jetzt nicht, dass es da wirklich sowas geben würde. Ich dachte jetzt aber nur, ja, du, ist irgendwie vielleicht ein Geheimgang. Hey! Aber es vielleicht so ein Secret gibt. Oh. Oh, muchas gracias. Scheiße. Ach so. Jetzt aber. Oh, wo schaut noch? Oh. 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 Kriegen wir hier irgendwie noch was? Nein. Na gut. Ein Mohn für dich. Und mit dem Rollen Gemüse. Ach cool. Tun wir auch den Stern. Pilz. Äh. Mond. Oh. Da machen wir es nochmal. Oh. Jetzt haben wir ihn. Gibt es hier irgendwie was noch? Könnte ja was sein. Okay. Nichts vorhanden. Dachte mir eigentlich schon, aber es könnte ja irgendwo noch was sein, ne? Zu Glück keiner mit Heimer. Oh, bisschen zu schnell. Katapultiert nennt man das auch. Nein. Ich bin doch doof. Wie zum Teufel. So, das funktionieren. Und jetzt geht's. Ich wollte ein paar runter, aber es hat auch funktioniert. War genauso effektiv, glaube ich. Na toll. Ja, und was mache ich jetzt? Oh, cool. Ich rumhüpfen, weil es mir so gefällt. Scheiße. Doof. Na ja, das war es von einer guten Pallegerei. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder und wir müssen ganz von vorne anfangen. Na ja, bis dann. Tschüss und ciao.